Wird es beim BVB eventuell eine Änderung geben, was das Kapitänsamt angeht? Nuri Sahin hat sich diesbezüglich gegenüber Sky eher bedeckt gehalten. Er sagte, dass es für ihn bisher noch nicht anders vorgesehen ist. Zunächst muss er jedoch mal mit allen Spielern kommunizieren, wenn diese vollständig da sind. Und dann wird final eine Entscheidung getroffen. Und das wird natürlich auch mit der Mannschaft gemeinsam kommuniziert. Aber er sagte auch, dass er als Trainer die Hierarchie mitgestalten wird. Ich wurde von euch in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht ein Video zur Kapitänsfrage machen möchte. Und ich dachte mir, es kann zumindest mal nicht schaden, einfach mal darüber zu diskutieren. Es ist natürlich gut möglich, dass sich gar nichts ändert. Nuri Sahin hat es zumindest mal offen gelassen, auch wenn er sagte, dass zunächst keine Veränderung vorgesehen ist. Aber er hat sich, wie gesagt, mit seinen Worten, dass mit der Mannschaft gesprochen wird, definitiv auch ein Stück weit offen gehalten. Entsprechend ist es nicht ausgeschlossen, dass es tatsächlich eine Änderung an der Stelle geben könnte. Und da habe ich mir jetzt natürlich ein paar Kandidaten rausgepickt, die meiner Meinung nach gut in das Amt reinpassen würden. Da wollen wir jetzt mal so ein bisschen über die Pro und Contra sprechen. Und da fangen wir mal mit dem aktuellen Kapitän Emre Can an. Was in jedem Fall schon mal Fakt ist, Emre Can war ja hauptsächlich der verlängerte Arm von Edin Terzic. Und es wäre ja noch erwähnenswert, dass die Kapitänsfrage in der vergangenen Saison über die Führungsetage mit unterging. Jetzt nicht nur Terzic, sondern auch Watzke hatte da einen gewissen Einfluss drauf. Und deswegen ist es ja auch gut möglich, dass sich da eben jetzt was ändert. Und ja, Emre Can an sich ist auf jeden Fall ein Spieler, der sehr lautstark ist. Das kann man ihm auf keinen Fall absprechen. Er bringt eine gewisse Erfahrung mit, ist auch schon länger beim BVB im Verein. Auch von seiner Position her als defensiver Mittelfeldspieler ist er quasi prädestiniert für so ein solches Amt. Und er hat selbstverständlich auch von sich selbst aus den Anspruch, ein Führungsspieler zu sein. Das große Problem bei Emre Can ist allerdings, dass er spielerisch beim BVB alles andere als unumstritten ist. Das kann man jetzt natürlich auch zu mehreren Spielern im Verein sagen. Aber es war in der vergangenen Saison sehr auffällig, dass er gerade auch an die Leistungen der Rückrunde von der Saison 22-23 bei weitem nicht anknüpfen konnte. Das hatte zum einen damit zu tun, dass er einen Spieler wie Jude Bellingham nicht mehr an seiner Seite hatte. Welcher ja dafür gesorgt hat, dass die Schwächen von Emre Can nicht ganz so aufgefallen sind. Und das ist ja per se auch nicht schlimm. Wichtig ist ja am Ende, dass die Mannschaft als solche funktioniert. Klar ist aber auch, dass sich nicht wenige wünschen, dass Can quasi von einem Neuzugang ersetzt wird. Einfach, weil seine Defizite, gerade was den Spielaufbau angeht, aber auch die progressive Beteiligung am Spiel sehr auffällig sind. Das heißt jetzt nicht, dass Emre Can ein schlechter Spieler ist. Versteht mich da nicht falsch. Das soll auch alles andere als Emre Can-Bashing sein. Denn er hat definitiv seine Stärken und die sind vor allem defensiver Natur, wenn es darum geht, ein unangenehmer Zweikämpfer zu sein. Und teilweise war er echt ein richtig guter Staubsauger in der Abwehr. Aber wenn wir bedenken, welche Ansprüche der BVB eigentlich hegt, dann sprechen wir hier von jemandem, der nicht unbedingt einen Stammplatz sicher haben dürfte. Das ist jetzt zumindest meine persönliche Meinung dazu, die nicht jeder teilen muss. In jedem Fall will ich damit sagen, ich kann verstehen, dass die Kapitänsfrage beim BVB zumindest mal unter den Fans zum Teil auch recht heiß diskutiert wird. Und jetzt kommen wir zum ersten Kandidaten, der in Frage kommen würde, meiner Meinung nach in Frage kommen würde, sollte es an dieser Position vielleicht tatsächlich zu einem Wechsel kommen. Und da wäre der logischste Name oder der, den jetzt wahrscheinlich die meisten nennen würden, Gregor Kobel, der ja zur Zeit auch Vizekapitän beim BVB ist. Er ist definitiv ein Spieler, der in der Mannschaft einen sehr hohen Stellenwert hat, der auch ständig mit Leistung vorneweg geht. Für mich auch mit der wichtigste Spieler im gesamten Kader vom BVB. Und gleichzeitig ist er auch sehr wortgewandt. Also wenn man sich seine Interviews reinzieht, auch vor dem Champions League Finale, da hat er ja eine sehr, sehr, sehr gute Rede gehalten. Wo man echt sagen muss, so klingt ein Kapitän einer Mannschaft. Und auch im Spiel ist er jemand, der lautstark vorangehen kann. Das Problem hier ist allerdings, dass er ein Torwart ist und Torwartkapitäne sind immer so eine Sache, natürlich. Es gibt sie und es funktioniert auch oft und so wichtig, wie es manchmal gemacht wird, wer Kapitän ist, so wichtig ist es manchmal nicht wirklich. Denn es gibt innerhalb einer Mannschaft in der Regel auch mehrere Führungsspieler. Man könnte sogar fast sagen, dass wir hier von einer politischen Frage im Fußball sprechen. Dennoch ist Kobel grundsätzlich eine gute Wahl. Einfach deswegen, weil wir hier von einem Spieler sprechen, der tatsächlich auch durch seine Leistung im Grunde unantastbar ist. Und wo, wenn er Kapitän wäre, die Diskussion wahrscheinlich weitestgehend im Keim ersticken würde. Gerade auch dann, wenn man wieder das ein oder andere Spiel hat, wo Emre Can nicht so gut performt, würde es natürlich auch die Frage rausnehmen, ja warum spielt er dann, wenn es ums Leistungsprinzip geht, spielt er jetzt nur, weil er Kapitän ist oder was? Das war ja der Eindruck, den man ja vor allem in der Hinrunde der vergangenen Saison hatte. Und was Edin Terzic selbst sogar einmal auf einer Pressekonferenz so bestätigte, dass er seinen Kapitän den Rücken stärken will. Und generell ist es ja so eine Sache, die Trainer sich selten trauen, den Kapitän mal auf die Bank zu setzen. Und das stellt sich halt bei Kobel die Frage nicht. Und deswegen, wie gesagt, Kobel für mich durchaus eine sehr gute Alternative. Der nächste Kandidat wäre da wahrscheinlich Nico Schlotterbeck, ebenfalls ein Spieler, der ziemlich unumstritten in der Startelf beim BVB stehen wird und der wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat. Ja, er hatte seine Schwierigkeiten zwischendurch und ja, er sah auch mal in der einen oder anderen Situation doof aus. Und sowas gibt dann durchaus auch wieder Anlass, über gewisse Dinge zu diskutieren. Aber er ist definitiv einer von denen, die ebenfalls das Potenzial haben, konstant mit Leistung voranzugehen, da gerne gesehen wird. Und Nico Schlotterbeck scheint sich ja wirklich sehr stark mit dem BVB zu identifizieren. Und auch er ist ein Spieler, der vorangehen möchte, der teilweise auch vorangeht und der auch zu den lautstärkeren Spielern gehört. Und mittlerweile bringt er auch eine ganz gute Erfahrung mit. Er ist jetzt zwei Jahre beim BVB, hat schon viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Was für mich hier am ehesten dagegen sprechen würde, ist die Tatsache, dass er öfter mal einen etwas arroganten Eindruck gemacht hat. Und das ist jetzt nicht mal böse gemeint, aber ich glaube, dass er da in der Hinsicht vielleicht noch einen Ticken reifer werden muss. Und dann wäre da noch Julian Brandt, der jetzt auch von vielen als möglicher Kandidat genannt wird. Was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass er jetzt die Nummer 10 bekommen hat, was ja auch eine gewisse Symbolwirkung mit sich bringt. Und Julian Brandt ist ja jetzt mittlerweile auch schon einige Jahre dabei und ist als Spieler extrem stark gereift. Und deswegen ist es auch keine allzu große Überraschung, dass er jetzt zuletzt zumindest mal im Testspiel die Binde tragen durfte. Und Nuri Schein sagte ja auch dazu, dass man Julian Brandt mehr in die Verantwortung nehmen möchte. Und das Ganze soll auch als Zeichen gewertet werden in eben diese Richtung. Und auch wenn er kein Lautsprecher ist, wie jetzt die anderen Kandidaten, die ich hier genannt habe, ist es trotzdem jemand, der mit seiner Art Fußball zu spielen und wie er mit seinen Mitspielern umgeht, definitiv ein Führungsspieler ist. Und ich sag mal so, ich fände Julian Brandt als Kapitän nicht uninteressant. Er gehört für mich auf jeden Fall zu den besten Spielern beim BVB und auch zu denen, die mittlerweile auch schon viel erlebt haben. Und ich finde es auch richtig stark, dass Julian Brandt auch einer von denen ist, wenn der BVB einen Rückschlag erlitten hat, dass er in der Lage ist, das Ganze schnell abzuschütteln und wieder nach vorne zu blicken. Auch das ist eine Eigenschaft, die einen guten Kapitän ausmachen kann. Auch sprechen wir hier von jemandem, der sehr gute Interviews gibt. Das ist jetzt natürlich kein Indikator dafür, dass er der prädestinierte Kapitän ist. Aber es ist schon eine Sache, die man trotzdem auch erwartet, weil er auch eben zu denen gehört, die sich auch nach schlechten Spielen zusammenreißen können. Kann ja auch nicht jeder. Emre Can ist da zum Beispiel jemand, der das nicht so gut kann. Ich erinnere mich noch daran, als er gesagt hat, dass die Kritiker mal die Schnauze halten sollen. Grundsätzlich konnte ich schon verstehen, dass da viel in ihm gebruddelt hat und ganz Unrecht hatte er jetzt auch nicht, weil der BVB ja immerhin in der Champions League sehr weit gekommen ist. Ich meine immerhin bis ins Finale. Trotzdem war ja die Kritik gerade auch an Emre Can nicht an den Haaren herbeigezogen. Deswegen finde ich es natürlich da aus meiner persönlichen Sicht schon besser, wenn derjenige, der eine Mannschaft präsentiert, sich da besser zusammenreißen und drüber stehen kann. Und was diesen Aspekt angeht, sehe ich Julian Brandt und Gregor Kobel als die stärksten Charaktere an. Ansonsten könnte man jetzt natürlich noch Marcel Sabitzer mit reinnehmen, der natürlich auch alles mitbringt, um ein guter Kapitän zu sein. Bei RB Leipzig war er sehr jahrelang und ich könnte es mir auch wirklich gut vorstellen. Ich würde ihn Stand jetzt aber eher noch außen vor lassen, weil ich glaube, dass die anderen drei, auch wenn Sabitzer viel Kapitänserfahrung mitbringt, dafür den BVB gesehen einen Ticken besser reinpassen würden. Und wenn ich mir da jetzt einen Favoriten rauspicken müsste, würde ich tatsächlich auf Gregor Kobel gehen. Ich glaube, er wäre langfristig die beste Wahl. Ich glaube, er wird auch noch lange beim BVB bleiben. Ich habe es irgendwie im Gefühl, ich kann mich natürlich auch täuschen, im Fußball kann es immer schnell gehen. Aber mit ihm hättest du halt den Vorteil, dass die Binde an einen Spieler gehen würde, der bis dato immer mit Leistung vorangegangen ist. Bei dem du dir sicher sein kannst, dass er immer alles tut, um die Mannschaft zu pushen. Der auch gut darin ist, die richtigen Worte zu finden, der sich auch in der Außendarstellung gut geben kann und wo du eben den Vorteil hast, dass die Diskussion nicht mehr existent wäre. So und an der Stelle gebe ich jetzt wie immer an euch weiter. Wer wäre eurer persönlichen Meinung nach, sollte es beim BVB eine Veränderung beim Kapitänsamt geben, der beste Kandidat? Schreibt mir da gerne mal euren Namen, gerne auch mit Begründung in die Kommentare. Ich bin da echt mal gespannt, wie ihr darüber denkt. Vielleicht seid ihr auch der Meinung, dass man gar nichts ändern sollte. Auch das ist völlig legitim. Hier sind alle Meinungen erwünscht, ihr wisst es. Und gerade wenn da auch jemand ganz anderer Meinung als ich ist, macht es auch immer wieder Spaß, sich das Ganze durchzulesen, um auch den eigenen Horizont in der Hinsicht ein Stück weit zu erweitern. So, in dem Sinne, eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endcard. Und in dem Sinne, gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball.